Hallo und herzlich willkommen zu allerersten Folge Let's Play Feed the Beast Unleashed! Ja, wir wollen heute mal das Beast entfesseln, haha. Und zwar wollte ich mit euch direkt wirklich so direkt vollkommen starten. Und zwar fangen wir wieder mit diesem wunderschönen Bildschirm hier vorne an. Yay! Und zwar gibt es hier nämlich einiges zu beachten. Ich habe ja gesagt, wir spielen nicht mit Gregg Tech, aber mit ein paar mehr Mods als im Standardpack vorhanden. Das heißt, ich spiele in der Mod-Variante mit allen Mods, außer den Head-Mod. Der ist nämlich scheiße und nervt mich zu Tode und vollkommen sinnfrei. Also habe ich den rausgenommen, aber der Rest ist alles drin. Das bedeutet auch, wir haben hier unter More World Options, unter World Type, einen weiteren Punkt. Und zwar nach Large Biomes kommt Biomes Oplenty. Das ist ja ein neuer Mod, der noch in der Entwicklung ist und noch nicht so einwandfrei funktioniert und auch noch nicht, ne, so super perfekt implementiert ist. Aber da werden auch täglich, also nicht täglich, aber da werden sehr oft Updates gemacht. Also da ist stetig, ja, Bewegung drin und da wird auch was gemacht. Und den möchte ich gerne mit euch ausprobieren. Ich habe da nämlich gerade eben schon mal reingeschaut und es schaut wirklich sehr, sehr interessant aus. Wirklich, wirklich, wirklich. So, das machen wir hier alles an. Und was nehmen wir denn heute für ein Seed? Wir nehmen den Seed, ähm... Entfessel das Biest. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Hoffentlich verschluckt die Welt nicht wieder unsere tolle neue Bonus-Chest. Ja, ich will diesmal wirklich meine Bonus-Chest haben hier. Nicht so im Gegensatz zu Hexit, wo das Ding einfach weg war oder am besten in irgendeiner Höhle unter mir gespawnt oder so. Wow! Oh! Bambus! Oder was soll das sein? Bambus? Oh, sehr schön. Uh, ein bisschen leggy-leggy. Das macht gar nichts. Hui! Okay, also, wir sind hier wohl in einem, ja, äh, in einem, was war da oben gerade für ein Achievement? Wie kann man die nochmal angucken? Ähm, ähm, Achievements, Statistik, Achievements. Hier, ha. Ja, ich hab schon ein paar entdeckt. Äh, gibt's hier, äh, gibt's hier, ähm, irgendwie was? Nein? Nein? Äh, schade. Hätte ja sein können. Äh, okay, ja, ähm, 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 fangen wir direkt mal an mit, ähm, ja, schnitzeln wir ein paar Hühnchen. Wir brauchen ja was zu essen, also, ne, verzeiht mir kleinen süßen Hühnchen, aber ihr seid mein Futter. Ja, ja, okay, ich bin wirklich sehr gespannt, was uns hier alles erwarten wird, außer Schweinchen. Ihr seid auch lecker. Komm her, komm her, Schweinchen. Komm her, leckeres kleines Schweinchen. Yum, 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 yum. Mmh, ein Bushi-Busch. Hui! Okay, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, wenn wir hier so ein Bäumchen fällen. Lol. Was ist das? Bamboo. Uh, kann man daraus was machen? Hallo? Nicht? Echtes Holz? Aha. Äh, äh, okay. Kann man daraus Dicks machen? Ja, kann man, okay. Sehr interessant. Dann wollen wir hier mal ein bisschen was mitnehmen von dem Zeug. Aber hier sehe ich auch gerade einen normalen Baum, das ist auch schon mal ganz gut. Ähm, ja. Äh, gut, dann, zuck. Das ist irgendwie witzig. Ich mag das. Also es gibt wirklich, wirklich extrem viele neue Biome. Wow. Inwiefern die jetzt alle gut zusammenarbeiten, weiß ich nicht so genau. Das werden wir alles gemeinsam entdecken, ja. Äh, und natürlich werden wir eine neue Base bauen und alles mögliche entdecken. Und ich werde euch so viele Mods zeigen, wie ich nur kann, denn ich kenne schon einige. Denn ich spiele ja auch, ja, quasi privat ein bisschen, äh, an Nisch und kenne mich dementsprechend schon ein bisschen aus. Natürlich gucke ich auch andere Let's Plays, zum Beispiel von C-Tech, äh, 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 und dementsprechend kann ich mich da auch weiterbilden, was er kann, was ich noch nicht kann. Und, ne, und natürlich auch Tipps, wenn er was nicht kann. Äh, was ist das denn? Was war das? Reet. Okay, eine Rebe, also. Was man damit wohl machen kann. Wir lassen uns überraschen. So, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Bamboo haben. Bamboo, Bamboo. Und natürlich gibt es auch ganz, ganz viele neue Grassorten und alles. Sehr, sehr interessant. Oh, da oben sehe ich direkt was richtig cooles, Neues, was im Unleashed jetzt drin ist. Und zwar diese Slime-Inseln. Ähm, da oben drauf, äh, sind Slimes. Und das ist so ein, quasi so ein, ja, so ein Slime-Biom würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Äh, es ist, was ist das denn hier? So eine Insel mit Slimes halt. Das ist so Gelee-artiges Gras und so ein See immer dabei. Und so, so Gelee-Blöcke, auf denen man springen kann. Ja, das sind so kleine Tramboline. Das ist immer witzig. Man springt es nicht sonderlich hoch, aber es ist einfach nur, ne, hüpf, hüpf und so. Ist ganz witzig, wirklich. Auf jeden Fall. So, ich schlachte noch ein paar Schweinchen. Es tut mir leid, ihr kleinen Schweinchen. Aber ich hab Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Ein Reisender braucht Futter für die Reise, um sich stärken zu können. Und dazu seid ihr am besten. Ja, es tut mir leid. Ja, hm. Ich bin ja eigentlich Vegetarier, aber naja. Hier kann man schon mal eine Ausnahme machen. Die wachsen ja nach und waren, äh, hier glückliche, freilebende Tiere. Da kann man schon mal Ausnahmen machen, denke ich. Ach, herrlich. So, okay. Da vorne sieht es mir nach einem neuen Biom aus. Die sind auch jetzt nicht sonderlich groß. Finde ich ganz okay. Wollen wir nicht so weit latschen, um ein neues Biom zu finden. Denn die haben ja auch alle ihre Vor- und Nachteile. Oh, was ist das denn? Oh. Sieht mir aus wie ein verbranntes Land. So ohne... Ohne blättern in Bäumen. Ja, das sieht mir ganz danach aus. Wir werden gleich erfahren, wie es heißt, wenn wir da mal drüber schwimmen. Was ist das für ein Zeug? Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Was haben wir da? Zack, zack. Achievement. Kein Achievement. Rumnest. Da. Wasteland. So, so. Schwarzes Holz. Oh. Was da wohl rauskommt? Oh. Ich sehe, wir können hier kein... Obwohl, haben wir einen Treecapitator? Das weiß ich gerade gar nicht. Ähm. Der Bambus war irgendwie schon leicht klein zu kriegen, aber das ist irgendwie nicht okay. Deadwood. Deadwood. Wie, da kommt nichts raus. Och, Schiete. Das hätten wir uns schön sparen können, moi. Aber ich würde gerne wissen, was... Ups. Ja. Da kommt nichts raus. Wahrscheinlich sowas wie Asche. Verbranntes Land. Da ist irgendwas Lidernes. Das will ich wissen. Was ist das Lidern da hinten? Auf der Minimap? Lila, Lila, Lila. Muss im Himmel? Nein. Lila Pfützen. Das macht mir ein bisschen Angst. Oh, ein Ohr-Baby-Wash. Oh, oh, oh. Oh, Häusen und Hunger. Ja. Okay. Das ist wohl vergiftetes Wasser. Da sollten wir uns nicht unbedingt reinbegeben. So, ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen Holz. Zick. Übrigens, guter Tipp vom Simon habe ich den übrigens, dass wenn man Sachen in dem Crafting-Feld verteilt, man einfach mit der mittleren Maustasse draufklickt, zick, und schon ist es verteilt. Yeah. Okay, mit 1.5.2 ist das jetzt kein Problem mehr, aber trotzdem sehr, sehr praktisch. Apropos sehr, sehr praktisch. Ich würde jetzt wirklich gerne mal diesen Ohr-Baby-Wash haben. Huch. So eine süße Textur. Niedlich. Ja. Zack. Au, au, au. Das habe ich vergessen. Verdammt. Ähm, ich müsste jetzt da noch so ran. Ach, ne, da habe ich schon. Okay, sehr gut. Na, nicht schon wieder. Jedes Mal dasselbe. Aua. Ich habe schon... Aua. Das ist nicht nett. Habe ich nicht... Irgendwie kann ich nicht mal hier so ein Dingenskirchen machen. Ein Dingenskirchen für die Chigou. Dankeschön. Machen wir uns mal eine kleine Holzspitzhacke, weil wir es können. Was mache ich eigentlich mit den blöden Reads? Ähm, wie wäre es mit Sticks? Ach, ich habe Sticks, Sticks, Sticks. Da. War ja in der freundlichen Starterkiste. So, den möchte ich gerne mitnehmen. Der Rest kann gerne hierbleiben. So, dann ziehe ich mich auch direkt mal weiter. Denn hier ist es mir doch ein bisschen zu tot. Was sagt denn meine riesen Map? Meine große Map? Äh, ja. Ich glaube... Was ist denn das da blau ist? Ach Gott, ach, das ist ein Dingensbaum. Hoppala. Falsche Taste. Ja, bei der Tastenkombination komme ich immer so ein bisschen durcheinander. Oh, grünes Wasser. So, so. Ähm, weil das irgendwie von Modpack zu Modpack unterschiedlich ist. Und das könnte ich zwar regeln, aber irgendwie komme ich da nicht zu. Ich weiß auch nicht. Fragt mich nicht, was da wieder schief gegangen ist. So, oh, hier ist eine Chunkladefehler. Ich hoffe, der belegt sich gleich, wenn wir hier rüber wollen. Sieht nicht danach aus. Wie wäre es mit... Ah, sorry. Ich traue Chunkladefehler einfach nicht, weil ich schon mal drin festgesteckt... Festgesteckt? Das hört sich jetzt gerade komisch an. Äh, schon mal drin feststeckte. Und das ist nicht so cool. Und ich bin sogar mal reingeflogen. Also von daher... Ich bin da mal ganz vorsichtig. Ach ja, genau. Wir müssen aber was essen. Was essen? Was essen wir denn? Können wir Bambus essen? Wahrscheinlich nicht, wa? Äh, dafür brauchen wir mal Steinchen. Wie ist damit? Gibt es hier irgendwo Steine? Können wir uns hier irgendwo mal runterbauen? In dem Bambusgebiet? Hm, 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 hm. Äh, was haben wir denn hier? Äh, oh. Was ist das? Oh, Gravel. Das ist keine Schaufel. Ähm. Und das ist... Ja, oh, Gravel. Hm, wir brauchen mal eine Schaufel. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Das kann jetzt mal alles weg. Ab und Schaufel. Wird es langsam dunkel? Ja. Uh. Das ist nicht so gut. Aber das kriegen wir schon hin. Aber die würde ich trotzdem gerne mitnehmen, wenn das geht. Ach, damit. Ja, ich brauche eine Steinsch-Sch-Sch-Schaufel. Steinsch-Sch-Sch-Schaufel. Da tut sie auch nicht viel. Äh, dann nehmen wir das mal mit jetzt hier. Und dann gehen wir mal da rüber und graben uns, denke ich mal, in den Untergrund, oder? Denn da vorne ist noch ein Stückchen neues Biom. Irgendwas braunes. Vielleicht kommen wir da ja besser in den Untergrund. Mal gucken. Mal schauen, mal schauen. Oh. Silverwood. Oha, was haben wir hier? Klingt sandig. Ach genau, wir könnten mal unter Optiones einmal aus dem Cheatmund rausgehen. Und dann die Tooltips anschauen lassen. Harden Sand. Okay. Klingt interessant. Okay, äh, gehen wir mal hier rüber. Outback. Aha. Klingt interessant. Minibäumchen. Och, wie niedlich. Sind die klein? Oh, knuffig. Hihi. Medium Grass. Ja, ja, ja. Okay, die Tooltips mache ich, glaube ich, gleich mal wieder aus, weil die nerven mich jetzt schon ein bisschen. Oh. Hier gibt es Stein und Erze. Ich glaube, wir machen es mal eben so. Wir bauen uns jetzt mal eben in den Untergrund. Ne? Wegen der Sicherheit in der Nacht. Harden Sand fällt nicht. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Zack, zack. Und dann können wir direkt hier hineingehen. Ja, das können wir machen. Schaufeln. Oh, jetzt habe ich mir hier natürlich... Ich schaffe es irgendwie jedes Mal, eine verdammte Gravelader zu finden. Das ist der Wahnsinn. Echt. Unglaublich. So, mal eben hier so ein kleines Höllchen aus Buddeln. Meine Güte, hier gibt es aber ganz schön viele Erze. Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. Ist mir auch fast Schnuppe, denn Hauptsache wir kriegen Zeug, ne? Denn Zeug brauchen wir auch ganz viel. Ja, ja. Zack, zack, zack. Schnell weg mit dem... So, da haben wir direkt auch schon ein paar Steinchen, um uns die ersten Werkzeuge zu bauen. Aber jetzt reicht es mir. Ich nehme mir die Foss mit, denn mit der geht alles so viel schneller. Okay, dann kommt direkt hier unser Crafting-Table hin. Da machen wir schnell mal eine Tür, bevor hier irgendwelche ungebetenen Gäste hineinkommen. Wir kennen das ja. Und dann, ja, ich höre sie schon. Ich höre sie schon. Die klappernden... Ah, ne, es ist Wasserrauschen. Ne? Skelettknochen klappern und Wasserrauschen kann man manchmal. Aber nicht so ganz wahrscheinlich. Ah, das kommt schon mal vor. So, und aus den Steinchen baue ich natürlich direkt mal einen Ofen, damit wir unser leckeres Fleisch braten können. Ja. Sehr gut. Zack. Und die, weil die irgendwie nichts bringen, können wir die am besten direkt im Ofen verfeuern. Dann haben wir dafür schon mal eine Verwendung gefunden. Ja. Und hier oben werde ich mal gucken. Da können wir noch ein höher gehen. Perfekt. Zack. So. Ähm... Eine Steinspitzhacke. Zack. Für das Skrull... Äh, oh. Ja, perfekt. Ähm... Kiste, Kiste, Kiste. Ja doch, ich glaube, die Kiste stelle ich direkt mal auf. Ähm... Für so Zeugs zum Ablegen wie die Rebe und das und dies und jenes. Zack, zack. Oh, Barry Bush. Den machen wir erstmal auch nicht. So, zack. Obwohl, die kommen mit. Das kann bleiben. Was hat das denn? Ah, den Sand-Send denn für... Aha, Stein und Erde. Äh, beziehungsweise Weg. Cool. Für Towncraft. Ja, weil Towncraft City ja... Gibt es hier auch. Wow, was ist das denn? Guck dich mal die Werte von dem Ding an. Ist das nicht wirklich gestackt? Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist erstaunlich. Äh, nein. Falsch. Oh, mach. Was, zack. Wird noch ganz schön viel. Das ist... Äh, viel. Und jetzt noch mal ein Holz. Oh, so. Schon wieder voll. Ja, sehr gut. Ähm. Zack. So. Wie schaut's hier oben aus? Ich glaub nicht. Oh, ein Bienenstock. Ja, wir werden hier, ähm... Mit allem möglichen Arbeiten... Ich... Oh, warte. Eine Steinschaufel bauen. Ähm... Ja, unter welchem Motto steht dieses Let's Play? Und zwar, dieses Let's Play steht unter dem Motto... Wir wollen so viel wie möglich mit den unterschiedlichsten Mods automatisieren. Da hab ich total Lust drauf. Ähm, einfach mal mit wirklich den Gegebenheiten, die wir so haben... Äh, alles versuchen zu automatisieren. Natürlich kann man mit einem Mod, zum Beispiel, ähm... Mit, mit den Bienen, ne? Mit Forestry kann man eigentlich schon fast alles... ...automatisieren. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte das mit unterschiedlichen Mods machen. So viel wie möglich. Ähm, einfach um die... Ja, Varianten zu zeigen. Zum Beispiel die Baumfarm mit Steafscots 2. Und eine Getreidefarm mit Minefactory beloaded. Dann mit, äh... Mit, 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 mit Soulshards. Eine Eisenfarm mit Bienen. Eine... Ha, keine Ahnung... Farm. Ha, ha, ha. Mal gucken, ne? Weil, dass wir halt nicht uns auf einen Mod so direkt spezialisieren. Sondern wirklich variieren. So, jetzt wollte ich mal gerne die ungebeteten Gäste verkloppen. Monster Hunter. Hier war da noch einer. Oh, ja. Du kannst mir direkt aus von deiner Goldrüstung abgeben. Das wäre ganz, ganz super. Weißt du das? Ach, was ein Geizhals. Irgendwann, ey. Nur sein schlechtes Gehirn und ein bisschen verrottetes Fleisch. Das ist, das ist ganz schön geizig. Mann. Schämen die sich denn nicht? Ich meine, ich, ich muss hier, ne? Zwar keine Familie versorgen. Aber ich muss schließlich, ne? Hier, äh, ähm, mich, mich selbst versorgen. Äh, ein paar Skelettknochen. Könnte dann auch nicht schaden. Ist okay. Mein Gott. Akazierwood. Okay. Interessant. Interessant. Äh, Spitzhacke ist hier. Halt nicht untergehen. So, dann haben wir direkt schon mal ein bisschen Eisen und können uns unsere erste Eisenspitzhacke bauen. Damit wir gleich, wenn wir in den Untergrund gehen, direkt mal prepared sind für alle Ärzte, die so auf uns zukommen. Oh je, oh je. Ganz schön viel hier. Das ist, äh, staunlich. So. Hui. Tuck, 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 tuck. Ja, ja. In der Nacht kann man ja ruhig ein bisschen arbeiten, ne? Hier ist ja sonst eh nichts zu tun. Upa. Das ist normaler Sand. Das ist schon mal gut für Glas. Ich weiß gar nicht mehr, ob man aus dem Harden, äh, äh, Sand irgendwas Tolles machen kann. Das müssen wir noch in Erfahrung bringen. Denn mit dem, ähm, Biomes of Plenty kenne ich mich jetzt nicht unbedingt aus. Aber das können wir ja alles, ne, ganz schnell ändern. Ihr kennt mich ja. Ich, äh, sauge Informationen auf wie ein Schwamm. Und deswegen wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis ich hier voll den Überblick habe und euch alles erklären kann. Okay, wäre ich jetzt nicht, vielleicht alles, aber viel, ne? So das übliche Wissen, was man halt so braucht. Ich meine, nerdy bin ich ja sowieso schon durch mein ganzes Wissen, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. Zuck, 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 zuck. Alles aufgesaugt. Ja. Lass mich hoch... Oh, ah. Quarz. Ja. Lagersystemtechnisch werden wir hier selbstverständlich mit dem ME-System arbeiten. Natürlich. Mit was denn auch sonst? So. Ist hier noch irgendwas erschwinglich? Nicht direkt so. Nö. Gut. Guti, guti, guti. So. Dann gucken wir mal, ähm, dass wir aus dem Eisen ein bisschen was rausholen. Drei Eisen und kein Holz mehr. Ähm. Oh, ja. Sugar Canes haben wir ja auch bekommen. Bamboo. Jetzt ist die Frage, was verbrenne ich? Nehmen wir den. Nehmen wir das Zeug. Eins sollte reichen. Sollte das reichen? Zwei? Zwei vielleicht? Ja. Das könnte reichen. So. Was auch reicht, ist, glaube ich, mehr Input für euch. Für die erste Folge. Und ich würde mal glatt sagen, ne? Hey. Wenn es euch gefallen hat, bleibt bitte dran. Und ich sag mal, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao.